Hallo zusammen, hier ist wieder Volker mit einer neuen Ausgabe von LightCompact. Ich möchte euch heute einen High-End-CD-Spieler der Referenzklasse vorstellen, den Acoustic Arts Player 2. Der Player 2 steht optisch wie akustisch für edelstes Wandelwerk und das geht weit über den reinen CD-Betrieb hinaus. Der Player 2 ergeht nämlich ebenso als externer Digital-Analog-Konverter. Er wandelt die Zuspielungen und Hi-Res-Files vom digitalen Player, vom Streamer, vom Laptop und Computer. Sein Premium-Konverter sorgt dabei mit einem internen Upsampling für akkurateste Wandlung. Wie das funktioniert und welche Highlights der Player 2 noch zu bieten hat, das zeige ich euch nun in diesem Video. Der Player 2 ist durch die charakteristische Chrom-Aluminium-Optik sofort als Acoustic Arts-Komponente erkennbar. Und er bietet auch jenen exzellenten Qualitätsstandard, für den die Laufnahmanufaktur bekannt ist. Beste Materialien, Top-Technik, perfekte Fertigung in Handarbeit. Beim Player 2 fällt der Blick direkt auf die Mechanik der Oberseite. Eine zentimeterdicke Platte aus gebürstetem Aluminium verdeckt den Schacht für die CD. Der mächtige Block lässt sich dank zweier Führungsschienen elegant nach hinten schieben. Dann gibt er sein Präzisionslaufwerkpreis. Das CD Pro 8 von Stream Unlimited. Dieses Laufwerk ist zur Ruhigstellung in einen massiven Aluminiumblock eingebettet. Die Lagerung des Laufwerks entspricht jenem Subchassis-Prinzip, das bei Plattenspielern der mechanischen Entkopplung dient. Beim Player 2 handelt es sich um einen sogenannten Top-Loader. Die CD wird von oben auf den kleinen Trägerteller des Laufwerks gelegt. Ein gewichtiger und magnetisch haffender Metallpuck sorgt für die sichere Fixierung und die Erhöhung der Laufruhe. Nach dem Schließen der Schachts geht es dann los. Der Player 2 spielt dabei neben der normalen CD auch selbstgebrannte und wiederbeschreibbare Silberlinge im Format CD-R und CD-RW. Die Bedienung des Player 2 geschieht am bequemsten über den edlen, aus massivem Aluminium gefertigten Systemferngeber. Die Bedienung gelingt aber natürlich ebenso am Player selbst. Und zwar allein über die beiden markanten metallenen Knöpfe auf der wunderbar aufgeräumten Front. Durch ihre Gewichtigkeit und ihre superbe Rastung bieten sie beim Einstellen geradezu ein haptisches Erlebnis. Mit dem rechten Knopf handhaben wir die CD-Funktionen. Durch Drehen erreichen wir Start, Stop sowie den Träcksprung vor und zurück. Und durch Drücken aktivieren wir dann die gewählte Funktion. Das zentrale Display informiert uns dabei mit blauen LED-Segmentanzeigen über die aktuelle Tätigkeit des Players. Der linke Knopf auf der Front dient als Quellwahlschalter. Der Player 2 ist ja weit mehr als ein reiner CD-Spieler. Er kann ebenso als externer und eigenständiger DAC agieren. Hierfür bietet er vier digitale Schnittstellen. Als erstes einen USB-Port. Hier können ein Laptop, ein Computer oder ein Streamer angeschlossen werden. Hinzu kommen drei SP-DIF-Inputs. Über alle vier Schnittstellen akzeptiert der Player 2 PCM-Files bis 192 kHz 24 Bit. Der USB-Port ermöglicht darüber hinaus auch die Zuspielung von DSD-Files bis DSD 128. Der Player 2 ist damit also auch ein Hi-Res-Player. In Verbindung mit einer audiophilen Software kann er seine hochauflösende Qualität besonders komfortabel ausspielen. Die zugespielten Files erfahren dabei eine Veredelung. Der Prozessor des Player 2 wandelt alle PCM-Signale zuerst auf 384 kHz 32 Bit. Durch dieses sogenannte Upsampling lassen sich Abtastfehler bei der nachfolgenden Konvertierung minimieren. Das ermöglicht eine exaktere Rekonstruktion des analogen Signals und damit einen besseren Klang. Sein Wandelwerk stellt der Player 2 dann gleich doppelt bereit. Einerseits an einem unsymmetrischen Output. Andererseits an einem symmetrischen Ausgang. Dies ist der beste Standard, um ein analoges Signal von A nach B zu transportieren. Der Player 2 bietet aber noch weitere Einsatzmöglichkeiten. Dank seiner SPDIF-Ausgänge kann er auch als reiner CD-Transport genutzt werden, falls man bereits einen externen DAC besitzt oder die Musik am Computer bearbeiten möchte. All diese Features erheben den Player 2 von Acoustic Arts quasi zum multifunktionalen Hi-Res-Player. Sein Referenzniveau hat der Player 2 bereits eindrucksvoll in unserem Praxistest bewiesen. Den Link zu diesem ausführlichen Test, den findet ihr wie immer in der unten stehenden Beschreibung. Das war es mal wieder von mir und von Light Compact. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen und über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.